Weil wir sowohl auf Kaffee als auch auf Holz stehen, haben wir uns gedacht, tagsüber Schreiner und abends Gastronomen und das ist bei rausgekommen. Hi, ich bin's Marco von Holzlieblingen und herzlich willkommen bei uns im Holzlader. Kommt ruhig rein. Eigentlich wollten wir erst im September eröffnen, jetzt haben wir August, aber es gab so das ein oder andere Event hier in Wasserburg, das wollten wir unbedingt mitnehmen. Deswegen habe ich extrem Stress gemacht, jeder hat nochmal Vollgas gegeben, er hat das Beste rausgeholt, damit wir den Laden hier, sag ich mal, zu 90% jetzt ready haben. Und ja, den möchte ich auf jeden Fall euch einmal zeigen und deswegen gehen wir jetzt gleich Step by Step durch die einzelnen Ecken hier aus diesem Laden. So Marco, sag mal, wo geht's hin? Im Salzlader. Sicher hat es das A und O. Wird schon halten. Schreiner kann auch Elektriker spielen. Aber nur, wenn er unbedingt muss. Aber nur, wenn er unbedingt muss. Und die letzte ging eigentlich am schnellsten. Das wir lernen dazu. Der Ginge hat sich in den Paulus eingeladen. Der Ginge hat sich in den vielen Lori's diciendo decent anarrt. Und dannчас So, Holzenader, erstbestückung. So, Holzenader. Warum machen wir jetzt Holzenader? Warum haben wir Holzprodukte hier und warum schenken wir Kaffee aus oder sogar Getränke? Ja, das ist ein Konzept, das habe ich mir überlegt gehabt, weil ich schon immer, also ich und meine Frau Marleen, wir wollten schon immer mal einen Kaffee besitzen. Genau, und ja, durch viel Leidenschaft sind wir zu diesem Thema Holz gekommen, aber dieser Wunsch, einen Kaffee, sag ich mal, zu haben, Leute zu bewirten und zwar mit einem Genuss irgendwie die Leute zum Lächeln zu bringen, ja, der Wunsch, der war schon immer noch da und dann haben wir uns gedacht, Mensch, eigentlich ist das doch ein ziemlich cooles Konzept, weil es gibt überall in Deutschland gibt es auch Läden, wo du Holzprodukte kaufen kannst. Die stellst du zwar oftmals selber nicht her, aber du kannst irgendwo Holzprodukte kaufen. Aber ich habe mir gedacht, wenn du Holzprodukte hast, die hochwertig sind, die beratungsintensiv sind, dann machst du das doch am besten mit einem Kaffee. Dann nimmst du dir doch Zeit. Du versuchst hier eine Blaupause irgendwie zu schaffen, dass die Leute hier, sag ich mal, durch die Bretter hier schauen können und sich einfach Zeit nehmen und das machst du doch am besten mit einem Getränk, das machst du mit einem kleinen Snack und daraus ist die Idee, sag ich mal, geboren, dass wir einen Holzladern haben, wo es sowohl unsere Produkte gibt, absolute Unikate gibt, aber eben vor allem auch diesen Gastronomie-Part und ja, so ist das Konzept entstanden und deswegen Tagsüber Schreiner und Abends Gastronomen. So, jetzt führe ich euch aber erstmal durch den Laden und erzähle euch mal so ein bisschen, was wir hier ausstellen, was wir da noch selber in der Inneneinrichtung gemacht haben und im Übrigen jedes Mal, wenn es um ein Produkt geht, was ihr seht, wo wir schon mal ein Video gehabt haben, da wird der Markus euch das verlinken, dass ihr euch die Herstellungsprozesse da irgendwie anschauen könnt. Ja, fangen wir an mit unserem Schaufenster. Schaufenster ist so, ja, für ein Ladengeschäft so das Wichtigste, das heißt, die Leute, die draußen schauen oder stehen und nach drinnen schauen, die sehen unsere Auslage. Ja, alle möglichen Bretter, hier haben wir zum Beispiel eins, das ist gestern erst fertig geworden, ein schönes Schachbrettmuster mit der Erle und dem Ahorn, mega geil. Ansonsten jede Menge kleinere Brotzeitbretter, große Schneidebretter, absolute Unikate, hier ein richtig großes Birnenschneidebrett und da versuchen wir die Leute sozusagen dafür zu überzeugen, kommt hier rein, ja, weil hier drin gibt es noch coolere Sachen. So, und was ihr hier seht, sind ganz, ganz viele Dinge, die wir auch für die Inneneinrichtung ja selber machen, also Wandregale haben wir ganz normal im Sortiment und hier haben wir jetzt eins mit 3,50 Meter, richtig schön rustikal, das ist eine antike Eiche gewesen, da haben wir überall so kleine Wurmlöcher und die macht sich hier einfach richtig, richtig schick und da eben alle unsere schönen Schneidebretter schön ausgestellt. Auch da unten drunter haben wir eine eigene Kommode, die haben wir selber mehr oder weniger designt. Wir stehen, oder ich selber, stehe total auf diesem Vintage-Style, dass du hier rohen Stahl hast, der ist auch nicht pulverbeschichtet oder nicht lackiert, sondern wirklich roh Stahl. Da siehst du hier überall die Schweißnähte, die hier weggeflext worden sind und die massive, schöne, geölte Eiche, da haben wir drei Stück davon hierher gebaut. Ich glaube, wir werden vielleicht noch ein, zwei hinter der Bar brauchen, aber die sehen richtig, richtig cool aus. Genau, ansonsten hier ist so der Gastraum, aktuell spielt sich zwar alles mehr vor dem Laden, weil vor dem Laden haben wir auch noch einige Sitzplätze und wir haben einfach Hochsommer und Wasserburg ist ohnehin die nördlichste Stadt Italiens, aber hier drin, wenn es mal kalt ist, haben wir hier drin unseren Gastraum, ihr seht schon unsere Baumscheimtische, hier haben wir ganz, ganz viele verschiedene Holzarten auch angefangen, von der Kirsche, da haben wir einen Nussbaum, da haben wir einen Mammutbaum, da ist nochmal eine Kirsche und auch die Holzklötze, wo man sich drauf sitzen kann, von Eiche, Buche, also richtig schöne Stücke, wo die Leute hier einfach verweilen können. Und hier ist unser allererstes, der erste Blickfang, wenn die Leute hier reinkommen, richtig schöne Schneidebretter, angefangen von Stirnholz, Eiche, Nusskombi, Nussahorn, hier ein europäischer Nuss, den gibt es bei uns gar nicht im Shop, das sind absolute Unikate teilweise, die wir so gar nicht im Shop haben, die kommen alle hier ins Holzlader rein, genauso wie hier ein Stirnholz aus, glaube ich, fünf verschiedenen Holzarten, richtig cool. Messerblöcke in jeglicher Ausführung, genau. Also hier versuchen wir wirklich die Leute unser breites Spektrum irgendwo zu zeigen. Die Wand ist noch ein bisschen weiß, da kommt noch was hin, da werden wir nächste Woche, werden wir da ein sehr, sehr geiles Regal bauen, genauso wie der Stahl und die Eiche, also richtig geilen Industrial Style. Und dann werden dann weitere Produkte irgendwie von Teig rollen, die wir ja selber herstellen, über kleinere Produkte, die werden wir alle hier mehr oder weniger positionieren. So, und ich habe euch ja was über das Gastronomie-Konzept erzählt, deswegen kommt mal ein Stückchen näher, denn da hinten beginnt dann der Gastropath. Und ich weiß nicht, ich gehe mal hier von der Seite, ihr seht schon selber, es gibt Getränke und es gibt Kaffee und bei uns gibt es aber nicht Kaffee per Knopfdruck, sondern wir haben eine richtig italienische Siebträgermaschine, wie man sie aus Italien oder aus richtig guten Barista einfach kennt. Also da haben wir uns nicht lumpen lassen, weil du hast hochwertige Holzprodukte, dann sollst du auch richtig hochwertigen Kaffee haben. Und da haben wir sowohl Kaffee, Espresso, unsere schöne Kaffeemaschine und weil wir aber nicht nur Kaffee anbieten wollen, sondern auch gerade im Hochsommer, wenn es irgendwie draußen 30 Grad hat, wollen wir auch was Kühles rein. Deswegen gibt es bei uns einen Spritz, bei uns gibt es Hugo, bei uns gibt es irgendwie einen Gin Tonic, auch irgendwie Weinscholle. Es gibt ganz normale Softgetränke zu unserem normalen Kaffeesortiment. Und wir sind jetzt die nächsten zwei Wochen sind wir noch dabei, ein paar Kleinigkeiten zum Essen irgendwie zu definieren. Da haben wir uns hier in Wasserburg schon mit dem einen oder anderen unterhalten, dass wir richtig geile Snacks irgendwie anbieten, sowohl salzig als auch süß, dass du hier wirklich, sag ich mal, vom Shoppen zum Getränkekonsumieren über dem Essensgenuss einfach ein Komplettkonzept irgendwie hast. Also du sollst hier herkommen und du sollst wissen, alles klar, du warst im Holzladern und du willst hier wieder her. Und als Schreinereibetrieb haben wir natürlich auch den Innenausbau größtenteils selber übernommen. Ihr seht schon selber, unsere Tafel dort hinten haben wir schön eingerahmt mit richtig schönen Holzbohlen, wir haben natürlich auch einen Gravierer, wo wir unser Logo überall drauf machen und vor allem auch die ganze Küchenarbeitsplatten hier, ihr seht schon, das ist alles 100% Massivholz, also richtig schöne Optik, richtig schöne Haptik, klar, wir müssen es immer wieder trocken mischen, das gehört einfach dazu bei Massivholz, wir haben es auch nur geölt, wir haben es nicht lackiert, also offen gehalten, aber ich glaube gerade dieses Thema Kaffee, die Eiche, ihr seht schon, da ist ein gewisses Konzept dahinter, was wir uns ausgedacht haben und wir sind mega, mega, mega happy, wie das ganze hier ausschaut. So, ihr habt jetzt hier schon einiges gesehen, aber eine Sache, die möchte ich euch noch zeigen, wir haben nämlich hier einen Gewölbekeller und da stehen ganz, ganz viele unsere Produkte und da nehme ich euch jetzt einmal mit. So, kommt mal mit runter, ihr seht schon, jetzt geht es ein paar Treppen nach unten, hier ist unser Gewölbekeller und ja, das ist ein absolutes Schmuckstück, da sind wir mega, mega happy und hier lagern unfassbar viele Produkte noch, da lassen wir auch wirklich die Kunden hier und sich ein bisschen verweilen, ein bisschen gucken, alle Regale sind bereits vollgestopft mit unseren Produkten, genauso brauchen wir auch unser Schleifgerät, sollten wir mal irgendwo noch mal ganz kurz was abschleifen oder sowas, haben wir natürlich hier auch noch ein kleines Schleifgerät vor Ort und ihr seht schon die ganzen Regale, es sieht immer ein bisschen wüst aus, aber wie gesagt, offiziell ja erst ab September, deswegen, wir haben jetzt eben entsprechend Vollgas gegeben, deswegen sieht es hier noch ein bisschen chaotisch aus, aber man sieht glaube ich schon, was das hier für eine Perle wird, dieser Raum hier, mega happy. So, jetzt lasst uns nochmal vielleicht einmal nach vorne, nach draußen gehen, denn es ist so schönes Wetter heute. So, und hier sind wir jetzt eigentlich schon am Ende angelangt, das ist nämlich unser Außenbereich, wir haben ja sowohl hier als auch dort, haben wir einige Stühle, wo die Leute sich einfach hinsetzen können und gerade bei so einem Wetter in Wasserburg, ja, die Zeit genießen können bei einem schönen Kaffee, einem Spritzen, Hugo oder was auch immer. Also, ja, die Bank, ja, die Bank, die haben wir letztens erst gebaut, da gibt es ein Video von, verlinkt auch ja, der Markus, aber ihr habt auch, ich finde, eigentlich den finde ich geil, guck mal, normalerweise machen wir ja aus solchen, sag mal, Wandregalen, wenn es aber zu rustikal ist, kommen sie genau hier an diesem Ort, finde ich mega, mega cool. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vor allem das Konzept spricht euch an. Ruhig, ruhig vorbei, wir sind live, ja, ARD, Tagesschau, ab die Post. Genau, ne, ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr seht schon, alle Leute sind hier gut drauf, da passen wir wunderbar dazu. Wenn du jetzt mal irgendwo in der Nähe bist, du machst hier Urlaub, du willst irgendwie runter in den Süden, fährst am Wasserburg vorbei, bleib stehen, kommt zu uns, gibt es einen Kaffee, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal, nächste Woche kommt ein neues Video, welches weiß ich nicht, aber der Markus macht es, bis dahin alles Gute, wünsche euch was.